Ich hätte nie gedacht, dass Rendrocks Anhänger so weit gehen. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Rendrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Rendrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. Rebellion. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Acht Beine sind einfach zu viel. Ein Lager. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Arn wird bereuen, dass er uns nicht weiß, dass er nicht zu verstanden ist, dass wir noch mehr leiden müssen. Der Stühle aus... Mal sehen, was... Ich werde dich tun, desto tot ist er genau... Nein! Ich werde dich tun, was überlebt. Ich werde dich tun. Ach, ich werde dich tun, was überlebt. Oh! Chام komplett. Lausanne sind einfach zu sehen. Incentives! Fünfzig. Lass mich selber nicht! Du wirst du bezahlen! Damit kommst du nicht davon! Renrock wird uns zum Sieg! Entfüllen! Komm, Trinko! Steine Zauber, entfüllen wir ab! Du wirst mich nicht aufhalten! Die Pendung! Komm, Trinko! Entfüllen! Du kannst uns nicht aufhalten! Was ist das denn alles? Expelliarm! Pass hin, Trinko! Das ist ein dauerliches Älteste! Ich werde deinen Tod rechnen! Du hältst dich für so unauffällig! Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe! Ich werde jetzt auch aufhalten! Jetzt ist es ein dauerliches Älteste! Kostetlich! Der Schuh hat unser Lager beim Turm ausgeräuchert. Das war gar nicht schlecht. Und jetzt zu Arns Karren. Rivelio. Rivelio. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arns zurück? Rivelio. Rivelio. Riveli. Untertitelung. BR 2018 Reveilion. 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 Bengarium Liviosa Incendio Bengarium Liviosa Da wäre selbst Merlin stolz Bengarium Liviosa Bengarium Liviosa Bengarium Liviosa Bengarium Liviosa Das war's. Das war's. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, bitte ich gerne meine Waren an. Die Karren ist vor allem. Ich bin froh. Ich bin froh.